Der Fall Marat gilt uns heute als das klassische Beispiel, wie das Bad zum Schauplatz von Politik werden kann. Durch dreistes Eindringen in die private Intimsphäre gelangt diese an die Öffentlichkeit. Auch in der Moderne finden sich schwerwiegende Beispiele für diesen Vorgang. Einige werden sich vielleicht noch an den Fall um den CDU-Politiker Uwe Barschel erinnern, auf den der Künstler Thomas Demand in seiner Fotografie anspielt. Sie ist auf der rechten Seite dieser Wand zu sehen. Ein Journalist drang in das Hotelzimmer von Uwe Barschel ein und fertigte unautorisiert Aufnahmen des unmittelbar Verstorbenen an, die kurz darauf im Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlicht wurden. Die Bilder lösten eine breite Debatte aus. Wenn Sie sich nun umdrehen, können Sie noch eine Vierergruppe kleiner Schwarz-Weiß-Fotografien betrachten. Abgebildet sind eine junge Frau, respektive ein junger Mann, in der Badewanne. Das Porträt am Beckenrand verweist auf den eigentlichen Bewohner des Apartments, zu dem das Badezimmer gehört. Es handelt sich um Adolf Hitlers Münchner Wohnung am Prinzregentenplatz. Die US-amerikanischen Fotojournalisten Lee Miller und David E. Sherman vergnügen sich in seinem privaten Badezimmer. Seit der Befreiung des KZ Dachau sind nur wenige Stunden vergangen. Die Botschaft ist klar. Die Machtverhältnisse haben gewechselt. Untertitelung des KZ Dachau.